Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und dass du nicht auf die Person siehst, sondern wirklich den Weg Gottes lehrt. Sag uns, ist es gegen unser Gesetz, wenn wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Gib acht, Herr, er will dich überlisten. Zeig mir einen Denar. Wessen Bild und Namen sind darauf? Cäsar! Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Was ist deine Antwort darauf?